so auf dem rückweg vom bikerfrühstück beim fahrsicherheitszentrum lüneburg adhc war eine feine sache kann man nur empfehlen muss noch ziemlich früh kommen das geht noch bis um 11 und da ist um viertel nach zehn natürlich naja es ist noch genug da aber bisher auch ein büffet kann man sich immer was holen macht jeden fall spaß man kann auch die motorradkurse sich mal angucken da laufen liefen gerade drei stück grobentraining grundlagentraining und noch mal kurventraining auf jeden fall mal so ein türchen wert würde ich sagen so